Hallo Leute, da sind wir schon wieder. Jetzt gucken wir uns das mal an. Okay, ekelhaft. Schnell raus hier. Was ist hier drin? Okay, wir reden erst mit der Kleinen. Hier. Hallo. Hast du uns gerufen? Du hast uns gerufen und wir sind erschienen. Du siehst nicht verängstigt aus. Warum hast du uns gerufen? Ah, ist nicht wichtig. Sag's mir nicht. Bist du ein Zombie-Ding oder was? Wir sind erschienen und ich rieche etwas, etwas tief unter uns. Ich will es, ich will es. Dieser Geruch. Ah, du versteckst etwas sehr Schönes vor mir, nicht wahr? Solltest du nicht so etwas Schönes verstecken. Zeig es mir, zeig es mir. Zieh es an, schnell. Okay. Du hast uns gerufen, sprich mit dem Meister. Du hast es also, der uns gerufen hat. Sei gegrüßt, mein Freund. Sei gegrüßt. Ich bin Grimm, Meister dieser Truppe. Die Laterne wurde entfacht und dein Ruf erhört. Eine feine Bühne hast du gewählt. Dieses Königreich von Wurm und Wurzeln brachgelegt. Die ideale Erde, um darauf ein Ritual zu vollführen. Und du, mein Freund, deine Rolle ist noch lange nicht vorbei. Als die Laterne aufleuchtete, wurde deine Rolle bestimmt. Unser Pack geschmiedet im schallroten Feuer. Zehnlicht warten wir darauf, dass du beginnst. Doch lass mich erst etwas Licht in deine Aufgabe werfen. Grimmkind. Grimmkind. Über dieses Land verbreitet sich meine Sippe. Sie ernten die Essenzen, die meine Gattung eigen ist. Die Flammen im Traum. Such meine Sippe, erobere ihre Flammen und bring sie zurück zu mir. Zusammen können wir Wunder wirken. Doch sorge dich nicht, kleines Wesen. Für diese Aufgabe wirst du nicht alleine reisen. Mein Kind soll dich zu den Flammen geleiten. Die brennenden Essenzen in sich aufnehmen. Auch du spielst das Kind eine Schlüsselrolle bei dieser Aufgabe. Nur mit ihm an deiner Seite werden sich die Flamme und meine Sippe dir offenbaren. Okay. So. Und zwar das zeige ich ihr mal. Ah, dieser Talisman. Wunderschön. Kostbares Ding. Lieblich. Lässt du es mich sehen? Muss mir zeigen. Ah, welch kleine Schönheit. Welch ein Geruch. Welch ein Geruch. Ah. Ah, so gut. So lecker. Ein perfektes Ding. Nur für mich. Wunderschön, köstlich. Ah, du bist reizendlich. Sehr süß von mir, mit solch ein Geschenk zu... ...jenigen, die mir ein Geschenk gemacht hat. Ah, von unter uns. Sehr gut. Ich schenke ihr alle. Das muss ja Nutzen haben. Möchtest du etwas, Liebchen? Willst du wohl noch ein Geschenk zurück? Oh, Sophie ist so grausam. Wenn das stimmt, wenn du etwas verschenkst, ist es für dich für immer verloren. Ein Geschenk für dich? So gierig. Aber ich kann dir etwas zeigen. Nur nett zu mir bist, Liebchen. Willst du was Nettes tun für mich? Gib es mir. Dein Geh oder... 15.000 Geo willst du von mir haben. Was haben wir hier noch? Das da. Getragen von einem Ritual. Nehmen wir das doch mit. Und ein Speedicus. Ah, schau dort. Etwas Seltsames und Unheimliches ist plötzlich erschienen. Brrrr, wie fürchterlich. Ich denke, ich sollte am besten versuchen, es zu ignorieren. Ah. Okay. Dann gehen wir mal zu diesen Flammen, oder? Und 15.000 brauchen wir. Ja, gut. Die Banktuse ist uns abgehauen. Mit unserem Geld. Okay. Geil, der Scheiß. Geil, der Scheiß. Geil, der Scheiß. Geil, der Scheiß. Wir müssen Geld farmen. Alter, danke. Ja, war richtig. War direkt über dem Brunnen. Wie viel bist du wert? 20. Oh. Oh. Alter. Wo ging es denn hier hin? Ich heim mich mal. Die 15.000 brauchen wir. Entschiede ich dir. Oh. Entschiede ich dir. Oh. 질le. Der Rad. Fuchzehntfüßend. Kriegen wir am besten... Wir rennen jetzt Richtung Stadt der Tränen. Und dann kriegen wir das Geld schon zusammen. Das ist halt auch 20 wert. Dann brauchen wir immer noch den zweiten Teil der Maske. Das ist halt auch 20 wert. Komm, komm. Bliya! Bliya! Gott! Okay, es ist geplatzt. Gut, wir haben die zweite Flamme. Dann haben wir da drüben noch einen Baum. Den Baum machen wir natürlich. 1400. Okay. Okay. Egal. Egal. Jetzt ist es nicht mehr egal. Schnelle Sicherheit bringen. So. Boah. Ups. 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 Gut, hätten wir auch. Die verschwinden dann auf jeden Fall. Okay, hier haben wir noch das rote Zeichen. Da unten. Das müssen wir noch machen. Ansonsten dürfte ich keine Bäume mehr haben, oder? Zumindest... Doch, hier ist noch einer. Und da ist noch einer. Ja. Ach. Ja. Okay. Ja. Ja. Mach. Ja. Ja. Oh. Rauf. Dann tauschen wir uns jetzt mal das Geld. Moment. Hier. Und hier. Yo! So, ein Journal! Ein Journal! Ja, da habe ich wirklich schon viele gefunden. So, vielleicht kriege ich so meine 15.000 zusammen. So. So, ein Arcane sei. Kann es sein, was? Also, das nenne ich alt. Solche Relikte sind der Stolz von Sammlern wie mir. Sie tragen ein Geheimnis in sich, aber es ist schwer, mühevolle Arbeit sie zu entlocken. In großen Offenbarungen lässt sich jedoch gleich erkennen. Diese Zivilisation mag zwar behaupten, sie sei die erste gewesen, doch es gab an diesem Ort schon etwas Vorheilendness. Jedes Ei gewährt einen kleinen Einblick in diese vergangene Zeit. Ja. Ehm, Karya. So. 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 Jeder Cent zählt. Ach, dieser Schacht war das. Der Stachelschacht. Ah, hier ist was gebrokent. Bams, dann machen wir das noch. So, ich glaube, da haben wir ja schon mal angefangen bei dem. Moment. Ah, es funktioniert schon. Ah. Ah. So, gut. Ja. Egal. Springen wir einfach rein. Ähm. Da tun wir uns auch so. Ah. Ja, Mann. Gut. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.